Ni hau meine lieben Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Brawl Stars Leute, die Season endet hier, sehe ich, also ich weiß nicht, ich lade das Video wahrscheinlich ein oder zwei Tage später erst so Leute, ihr seht, mein Sprout ist auf 1254 und seine Jackies auf 1237 Ich würde sagen, Leute, lasst gerne jetzt schon mal alle einen fetten Daumen nach oben und wenn ihr mich finanziell supporten wollt für meine Giveaways, könnt ihr gerne rechts meinen Creator Code eintragen Leute, schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende an und checkt unbedingt Tobis Kanal ab Wenn ihr mehr mit Tobi sehen wollt, lasst gerne einen fetten Daumen nach oben da Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Video So Leute, wir sind zum, äh, zum ersten Game, Lundi, Lost Wir sind beim ersten Game angelangt Genau, genau, let's go 1255, äh, 1255 Ja, super, let's go Super, let's go Nice Zwei Cubes Ja, ich habe in der Mitte Oh Ams Da ist nichts, ich komme Ams B.O. Oh, oh Ich glaube, ich hätte ihn töten können Ja, ja Hab ihn getroffen, komm Oh Oh Da ist noch ein Team, komm Die können wir holen Okay, okay Let's go Oh Pass auf, ne Nice Nice Nice, sehr gut Let's go Nice, Leute, let's go Und die Oh, warte, der Nita Oh Oh Oh, komm her, komm her Komm, geh hoch, geh hoch Ja, ich geh hoch Ja, ja, ja Ich versuch, dich zu covern Oh, komm her, komm her Oh, nice Oh, nice Nice, ich bin rausgekommen Let's go Okay, okay Oh Oh, ein Schlüssel noch Ein Schlüssel noch Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh 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 Let's go, Leute, direkt Erste Runde Leute, NoJumpie sucht um 10 Minuten oder so für ein Game, ne Plus 4 Schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob wir ein Weltrekord probieren sollen, Leute Schreibt das mal gerne Das wär geil So, Leute, wir haben noch ein Game gefunden, Let's go, würde ich sagen Wie gesagt, lasst gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben Auf Ehre Und schaut unbedingt mehr Tobies Kanal vorbei 1250 Push ja leute checkt tobis kanal ab er hat auch noch seinen vortrag 35 video kommt bestimmt auch die tage und ich bin schon wieder zu aggressiv wir ein bisschen ich bin schon wieder ein bisschen wie hier unten ist noch ein krone hier unten ist noch ein krone job done dieser spritz bester man let's go holland 600 zuschauer holland holland Hier ist ein Chellicum, hab ihn Den haben wir, der kommt direkt Genau hier ist einer drin Ich erst mal in Busch Nice Leute, let's go Da ist er, da ist er, ich spüre es 1.700 Zuschauern Let's go Leute Nice Schreibt mal in den Kommentaren, soll ich und Tobi versuchen Einen Weltrekord zu pushen Ich weiß nicht, wie hoch der höchste Sproul ist Aber mega nice auf jeden Fall Mega nice, ich kann sogar kurz mal nachschauen Eine Sekunde So Leute, wir sind in dem nächsten Game angelangt Let's go Hey, wir sind einfach bei 1.200 Wie hoch sind wir bei 1.260? Ja, ungefähr Ich weiß gar nicht mehr genau So GG Leute Ja Wir suchen aber auch wirklich sehr sehr lange Ja, in der mittel Oh, in der mittel 2 Kisten Oder eine Komm Oh mein Gott Oh, renn, renn, renn Nein, du hättest rechts rein müssen. Oh mein Gott. Nein, nicht schießen. Loll, warum hast du geschossen und ich geliebt? Loll. Egal. So, Leute. Leider war das gerade ein Unfortunate Game, ne? Aber passiert. Wir sind jetzt gerade wieder bei genau 1250 bei mir. Schade. Oh, hier ist ein Boko. Oh, er wird Demon. Kevin, richtiger Kevin Kappa. Grüße gehen raus am Dash Games. Genau. Bei mir ist Ams und... Ja. Bei Ams haben wir sehr schlecht Erfahrungen gemacht. Jo, warte. Hat sie. Hier ist Neatanger. Oh no, die sind ja Mushrooms. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja. Ich weiß nicht, dass wir helfen. Wir müssen mal raus hier, ne? Ja. Ach man. Versuch mal raus irgendwie zu kommen. Hast du nicht gewusst? Hast du nicht gewusst, dass du Cross? Links runter, runter, links runter. Oder jetzt. Ne, der geht. Ja. Christians runter, alles weiter. No, nein. Nein, nein. 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 Oh Leute, am Anfang lief es sehr gut, jetzt haben wir getiltet, jetzt haben wir getiltet. So Leute, wir haben jetzt zweimal Minus kassiert, ne? Aber ich meine, die Season ist jetzt dann eh zu Ende, ist nicht schlimm, Leute. Let's go! Ich würde sagen, wir holen jetzt auf jeden Fall nochmal einen Platz 1. Ja, der hat im Nerven-Zu-Zeig am Fallen nicht gespielt. Ich spiele auch, der hat vielleicht zu stark geguckt. Ja, und ihr müsst wissen, er hat auch die ganze Nacht durchgespielt, weil er braucht auch jemand, weil es kippuscht hat. Ja, also ich bin echt auch müde, das hoffe ich, Leute. Oh, let's go! Oh, hier! Treff ich nicht? Ah, okay, geht. Okay, ich fahr durch Pop, ja. Ja, das ist toll. Ja, einfach geführt alles gewiss. Ich bin auch müde, Leute. Wir sind extra, also ich bin extra aufgestanden, morgens nochmal, um ein Video vorher zu drehen, ne? Mal blödlich jetzt fällt. Aber egal. Let's go! Let's go! Oh! Oh! Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' Ich hab' getroffen! Sind die in Low? Ja! Ähm, Kopf ist die in Low-Bossnig, bitte. Hör auf, hier hat euch, ne? Oh, jetzt! Oh! Oh, let's go! Oh, ich komm, ich komm, ich komm Und wir müssen brauchen Oh, let's go, Leute Sehr schön Sehr, sehr nice Haben wir jetzt das Minus rausgehen noch nicht So, Leute, ich zeige euch jetzt nochmal die History Damit ihr sehen könnt, wir haben auch keine Loses rausgehen Leider hatten wir Also jetzt am Ende nochmal einen Win Hier zweimal minus 24, tut weh Aber ist okay, Leute, passiert Man kann nicht jedes Game gewinnen, Platz 1, Platz 1 Und das war noch Grobe Rumble So, Leute Ich würde sagen, das war's mit dem Video Lasst gerne, wie gesagt, einen fetten Daumen nach oben Teilt dieses Video auch sehr gerne mit euren Freunden Leute, wenn ihr mich finanziell supporten wollt Wie gesagt, Crater Code Landy Würde mich wirklich sehr freuen Checkt unbedingt auf Tobis Kanal ab, dort ladet er auch seinen Prog, wo er ihn auf Rang 35 gibt und wir sehen uns Danke fürs Mitspielen, Tobi Und ja, hau rein Ciao 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 Ciao